Ja, meine Damen und Herren, liebe Kinder, das Wichtigste für uns ist natürlich Ihre Sicherheit. Deshalb zeigen wir uns ein Video mit den wichtigsten Sicherheitsverkehrungen. Und bitten Sie daher ganz besonders in mir aufwärtsverkehrt. Vielen Dank, Ladies and Terminicates. Your safety is our highest priority. Dad, I would like to show you our safety video now. Please watch and listen carefully. Thank you. Abgeschossen. Abgeschossen. Hier steht Abgeschossen. Ich heiße Sie herzlich willkommen an Bord. Vor dem Start werden wir Sie wichtige Sicherheitsvorkehrungen vertrauen machen. Dazu bitte ich Sie kurz um Ihre Aufmerksamkeit. Welcome on board. Before we take off, we want to make you aware of our important safety instructions. I would therefore like to ask for your full attention now. Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr leichtes Handgepäck in den oberen Ablagefächern verstaut ist. Schieben Sie bitte schweres Handgepäck unter Ihrem Fördersitz. Einige Sitzreihen müssen wegen gesonderte Bestimmungen vom Gepäck freigehalten werden. Vor dem Start möchten wir Sie nun bitten, Ihre Sicherheitsgurte zu schließen sowie gut festzuziehen. Wir empfehlen Ihnen, den Gurt während Ihres gesamten Aufenthaltes geschlossen zu halten. Zum Öffnen heben Sie die Metallschnalle einfach nur an. Während des gesamten Aufenthaltes an Bord müssen Mobiltelefone ausgeschaltet bleiben oder sich im Flugmodus befinden. Schalten Sie bitte zu Start und Landung auch alle anderen elektronischen Geräte an. Funkverbindungen müssen zu jeder Zeit deaktiviert bleiben. Ihre Kabinenbesatzung informiert Sie gerne, welche elektronischen Geräte Sie an Bord benutzen dürfen. Falls wir Sie auffordern müssen, das Flugzeug schnell zu verlassen, verfügt diese Maschine über acht Ausgänge. Zwei im vorderen Bereich, vier Notausstiegsfenster über den Tragflächen und zwei Türen im hinteren Bereich. Alle Ausgänge sind deutlich mit dem Bord-Exit gekennzeichnet. Am Boden befindliche Lichtleisten leuchten im Notfall auf und weisen Ihnen den Weg zum nächstgelegenen Ausgang. Persönliches Handgepäck lassen Sie in jedem Fall in der Maschine zurück. Über aufblasbare Rutschen an den Türen oder über die gekennzeichneten Fluchtwege auf den Tragflächen verlassen Sie das Flugzeug in einem Notfall. Bei einem Druckverlust fallen Sauerstoffmasken aus den Fächern über Ihnen. Seht Sie eine Maske zu sich heran und drücken Sie die Öffnung fest auf Mund und Nase. Atmen Sie ruhig weiter. Erst dann helfen Sie mit Reisenden. Wir möchten Sie nun mit dem Gebrauch der Schwimmweste vertraut machen. Sie befindet sich unter Ihrem Sitz. Auf Anweisung der Kabinenbesatzung nehmen Sie diese heraus. Ziehen Sie dann die Schwimmweste über Ihren Kopf und führen Sie das Band hinter den Rücken nach vorn. Stecken Sie die Schnalle in den Verschluss und ziehen Sie das Band fest. Bitte blasen Sie die Schwimmweste nicht im Flugzeug auf. Unmittelbar bevor Sie das Flugzeug verlassen, ziehen Sie an beiden roten Griffen, um die Weste aufzublasen. Sie haben zwei seitliche Mundstücke, die zum Hinzufügen sowie Ablassen von Luft dienen. Eine Signallampe leuchtet automatisch auf, sobald sie mit Wasser in Berührung kommt. Beachten Sie, dass an den Tragflächennotausgängen die Weste erst draußen aufgeblasen werden darf. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Rauchen während des gesamten Aufenthaltes an Bord nicht gestattet ist. Alle Waschräume sind mit Rauchmeldern ausgestattet. Wir sind zum Start bereit. Bitte klicken Sie Ihre Tische hoch, drücken Sie Ihren Sitz in eine aufrechte Position und ziehen Sie Ihren Sitzgurt fest. Abschließend möchten wir Sie auf die Sicherheitskarte aufmerksam machen. Diese enthält wichtige Informationen über unsere Sicherheitsausrüstung und Notfälle. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Danke für Ihre Intention. Ich wünsche Ihnen sehr viel Zeit. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 My dreams can't sleep at night So her picture of you and her future seems bright Wondered what would it be, what could it be if I was through what you were Felt so alone, damn what is a girl to do Dip, 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 dip I wanna, I wanna change lanes, let you go I can't keep chasing when you gave up long time ago I need to shake it off, got a long way to go, oh no Dip, 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 dip I wanna, I wanna change lanes, let you go I can't keep chasing when you gave up long time ago I need to shake it off, got a long way to go, oh no Fly, fly away, fly away Running through the rain, running from the pain All through the night I feel warm Bloods popping through my veins, think I'm going insane I'm not passing my heart Where do I go from here? I know that you'll know I'm gonna be around I can't breathe up a respiratory I'm about to shut down Yep, 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 yep I wanna, I wanna change lanes, let you go I can't keep chasing when you gave up long time ago Fly, fly away, fly away Yeah, yeah Sometimes I feel like crawling up No matter how hard I try to feel I'm stuck Where do I go? Where do I go? Don't wanna stay mental block I feel so weak I just wanna fly Fly, fly away Fly away I just wanna fly Fly, fly away Fly away Fly away I just wanna fly I just wanna fly Fly, fly away Fly away Yeah, yeah Fly, fly away 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.